Danke für Ihre Reise mit Detroit Basis. Okay, Endstation. Endstation? Ja, ihr müsst aussteigen. Mach auf. Wir müssen gehen. Ich nenne dich. Da, ich kenne auf. Und wir müssen auf. ... ... auf. ... ... ... Ist alles okay? Wir finden schon einen Schlafplatz. Komm Alice, wir müssen uns beeilen. 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 Wir müssen uns beeilen. Ich weiß jemandem, der helfen kann. Das ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir brauchen jetzt etwas. Komm mit Alice. Danke für Ihre Reise mit Detroit. Das ist ein Schlafplatz. 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 Ich will da drin nicht schlafen. Können wir nicht woanders hin? Wir bleiben lieber hier, Alice. Sicherheit ist das Wichtigste. Und es ist nur für heute. Warum hat er mich nie geliebt? Warum war er immer so wütend auf mich? Ich wollte doch nur wie die anderen Mädchen sein. Vielleicht habe ich was falsch gemacht. Vielleicht war ich nicht brav genug. Und deshalb war er immer so wütend. Ich wollte doch bloß eine Familie. Ich wollte, dass er mich lieb hat. Warum waren wir nie glücklich? Ich weiß nicht, Alice. Du verlässt mich doch nicht. Versprich mir, dass du nie gehst. Versprachen. Bleiben wir für immer zusammen. Für immer. Du verlässt mich. Begib誣 Luca. Untertitelung des ZDF, 2020